Mein Name ist Thomas Trittremmel, ich habe vor vielen, vielen Jahren Telekommunikation studiert und als kleine Anekdote, ich habe damals meine Diplomarbeit in einem kleinen Jungunternehmen in Wien geschrieben zum Thema Application Service Providing. Die Firma ist leider in den Konkurs gegangen, weil Konzept Application Service Providing heißt Software auf einem fremden Rechner auf Miete zu beziehen. Das haben Firmen sich gedacht, ihr seid ja wahnsinnig, gehört dann nicht uns, wo liegen die Daten? Ja heute heißt es Cloud und alle tun es. Also war die Firma insofern ein bisschen zu früh, aber die Idee war gut. Ich habe auch relativ bald aufgehört, mich mit Telekommunikation und Technik an sich im Kern zu beschäftigen nachdem ich gemerkt habe, dass jedes halbe Jahr ein neues Handymodell kommt, ein neues Kameramodell, ein neues Betriebssystem habe ich mir gedacht, das bringt nichts, wenn ich mich damit beschäftige. Ich müsste mich eigentlich permanent nur weiterbilden und permanent nur mich im Laufenden halten, sonst bin ich immer out of date. Vor mittlerweile zwei Jahren habe ich bisher braver Angestellter in Industrie- und Großhandelsbetrieben. Vor zwei Jahren hat mein Unternehmen begonnen, sich mit der Wahnlogistik und der sogenannten Smart Logistics, das heißt der Transparenz, der Digitalisierung der Wahnströme zu befassen. Wir sind eines dieser vorher genannten Start-ups, die als Hauptaugenmerk nicht eine tolle Technologie propagieren möchten, sondern die Einfachheit der Anwendbarkeit. Und das ist es schon genug zu mir und zum Unternehmen, also keine Eigenwerbung. Das Thema ist heute im Langtext der nächsten 30 Minuten. Veränderungen durch das Internet der Dinge in produzierenden Unternehmen und der Landwirtschaft. Welche Veränderungen ergeben sich dadurch für die Hersteller, Lieferanten, Kunden sowie Mitarbeiter? Als erstes ist es schwierig zu sagen, die Produktion und die Landwirtschaft, weil wenn Sie Mitarbeiter oder vielleicht Eigentümer oder Geschäftsführer eines Betriebes sind, dann wissen Sie, jeder Betrieb ist unterschiedlich. Egal, ob es sich um Lebendvieh, ob es sich um Agrarprodukte oder ob es sich um die Herstellung von irgendwelchen Gütern handelt, es ist kein Betrieb vergleichbar, weder in den Prozessen noch in dem Grat der Digitalisierung. Daher ist es immer sehr schwierig, natürlich auch für die Politik und für die Wirtschaft, Wirtschaftsvertreter von der Industrie und von der Landwirtschaft zu reden. Ich bin sehr froh, dass der Kollege mir vorher die Folie nicht ganz weggenommen hat. Industrie 4.0, wieso ist alles jetzt 4.0? Jetzt hatten wir gerade einmal Web 2.0. Da vorne gibt es Flyer über Retail 4.0, so Handel 4.0. Wo war denn 3.0 bitte? Wo ist denn das abgeblieben? Naja, das 4.0 kommt tatsächlich aus der Industrie, aus der Begrifflichkeit, die man versucht zu finden, damit man irgendwo zumindest einen gemeinsamen Begriff findet. Richtigerweise heißt es Smart Factory in anderen Teilen der Erde. Die Revolutionsstufen waren natürlich einerseits die Mechanisierung durch Dampfkraft, aber auch durch Wasserkraft und Windkraft. Dann die industrielle Revolution, in dem plötzlich mechanische Anlagen möglich waren, in dem Fertigungsschritte nicht mehr einzeln händisch gemacht wurden, sondern plötzlich kleinteilig, ein Arbeiter hat den ganzen Tag den gleichen Arbeitsschritt gemacht und die Fertigungsprodukte sind ihm vorbeigezogen. Auch natürlich durch die Hilfe von Strom, der Fertigkeit von Strom möglich. Der dritte war dann ganz klar, nicht mehr ein starres Automatisierungssystem, so wie hier. Wenn eine so eine Anlage mal gestanden ist, dann musste die 100 Jahre laufen, dann konnte auch kaum sie verändern ohne hohe Investitionen. Plötzlich gab es Robotersysteme oder gab es sehr flexible Systeme, die in ihrer Ausführung flexibel waren, aber noch immer sehr eher investitionsintensiv und gleichzeitig auch hochkomplex in der Umprogrammierung. Einer meiner Mitgründer ist Eigentümer und Geschäftsführer eines Industriebetriebs, hat selber vier Schweißroboter und dort gibt es eigene Mitarbeiter, die nur diese Roboter programmieren, weil das sonst keiner kann. Die industrielle Revolution heißt einerseits, dass diese Systeme sehr rasch und flexibel umprogrammiert werden können, aber auch, dass die Intelligenz plötzlich sehr kleinteilig geworden ist, wie auch vorher erwähnt worden ist, und natürlich, dass die Bedienbarkeit viel einfacher geworden ist. Ich meine, jeder von uns hat ein Mobiltelefon, ein Smartphone, das ist auch Internet der Dinge. Am Weg hierher wusste ich, wo Stau ist durch Google Maps, weil sie vorher die gleiche Route gefahren sind und ihr GPS und ihr Google Maps aufgedreht hatten. Das heißt, hier Echtzehninformation durch die Vernetzung der Geräte. Da haben wir einen schönen Begriff oben, die cyberphysischen Systeme. Es geht nicht um Terminator und Co. natürlich. Ich versuche nur ein paar Begrifflichkeiten einmal festzunageln, damit wir alle vom Gleichen reden, oder dass Sie auch im Internet Governance Forum nächste Woche die Begrifflichkeiten schon einmal gehört haben und grob wissen, was es heißt. Das heißt, man könnte natürlich eine Doktorarbeit draus machen, das versuchen wir heute nicht. Die cyberphysischen Systeme versuchen, die realen Objekte mit ihrem Pendant in einer virtuellen Welt zu verknüpfen, in Echtzeit. Natürlich gab es das schon seit den 70er Jahren, in den Produktions- und Planungsprozessen und Steuerungsprozessen, aber der Unterschied zu den jetzigen Systemen ist, dass dies über offene und globale Kommunikationssysteme passieren kann. Das heißt gleichzeitig auch, dass die Vernetzung nicht mehr hierarchisch und vertikal basiert, sondern in Echtzeit auch und veränderlich, also nicht einmal festgenagelt per Design, sondern auch veränderlich über variable Netze sein kann. Mit der Besonderheit, dass das nicht auf unternehmensinternen Netze beschränkt ist. Ganz passend dazu, dadurch, dass mein Unternehmen sich mit Warenströmen befasst, das ist der Klassiker, Warenströme wandern durch Unternehmen, über Logistiker zum nächsten Betrieb. Das heißt, Waren durchbrechen schon einmal diese Unternehmensgrenzen, die bisher in der dritten industriellen Revolution aufgebaut worden sind. Natürlich habe ich hier das gleiche Thema, dass ich hier ähnliche Lebenszyklen habe der Technologie, hier sehr unterschiedliche. Nehmen Sie das Handy. Ich habe meiner Frau vor zwei Monaten ein Handy gekauft zum Geburtstag, das ist jetzt schon wieder veraltet. Industriemaschinen sind auf einer Lebenszeit von zehn Jahren und länger bisher ausgelegt gewesen. IoT-Devices, aber auch Steuerungssysteme, damit auch gleichzeitig die Protokolle und die Standards haben mittlerweile viel kürzere Lebensdauer, weil auch die Technologieentwicklung so rasch voranschreitet. Und damit ist CPS heute etwas anderes, was in den 70er Jahren damit geweint worden ist. Als Beispiel, wieder ein Beispiel aus meiner Praxis, Infrastruktur und IoT ist tatsächlich in den meisten Betrieben heute schon vorhanden. Meistens allerdings als Silosysteme, weil sie natürlich auch leichter steuernd kontrollierbarer sind. Ein Beispiel aus der Branche meines Mitgründers, der ist im Bereich metallverarbeitetes Gewerbe für die Bahninfrastruktur. Dort haben Sie auf einem Kilometer Schienennetz haben Sie 3000 Sensoren. Die Weiche berichtet an den Weichenhersteller über die Stellung, wie es der Weiche geht. Die Fahrleitung berichtet an den Fahrleitungshersteller. Der Strommesser berichtet an den Energieanbieter und, 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 und. Das gleiche haben Sie in der Logistik. Das Lager berichtet nur an den Hersteller oder den Füller des Lagers, wie es ihm geht, wo es ist, ob es gut gefüllt ist. In der Fabrik haben Sie das gleiche, dass dort Sie oft ein abgeschlossenes Netz haben. Zeiterfassungssysteme sind meistens Silosysteme, auch natürlich durch proprietäre Systeme zwischen dem Anwender und dem Anbieter. Das heißt, Zeiterfassungssysteme sind fast nie offene Systeme. Der Logistiker, der kommt mit der Lieferung, bringt sein eigenes Tablet, wo Sie unterschreiben müssen, wenn er denn nicht einen Papierlieferschein mit hat. Der Gabelstapler hat eine Kamera oft installiert zur Verortung, wo er hinfährt, oder zur Detektion, ob er dann nicht gerade eine Mitarbeiter überfährt, hat einen Barcode-Scan oder andere Terminals in der Hand. Aber all das sind per se immer isolierte Systeme, die quasi sklavisch immer nur an ihr Herrchen berichten. Das ist nichts Neues, das funktioniert sehr gut. Oft probierter Systeme, aber mittlerweile auch immer mehr Open Source. Im Sinne von IoT würde das aber heißen, dass diese Silos aufgelöst werden und die Geräte und die Netzwerke untereinander sprechen. Nach dem Motto, hallo, ist da jemand? Wer bist du? Was kannst du? Wie kannst du mir helfen? Darfst du das? Gut, machen wir. Mit natürlich nicht nur dem Hintergrund, hier die Netze besser zu nützen, sondern auch einen Mehrwert zu generieren. Also, eine Prozesskontrolle, nicht nur, wie gut ist das Lager gefüllt, sondern zu wissen, kommt der Kollege schon mit der Ware angefahren, der Datenharmonie. Was der da hergelegt hat, ist das Gleiche, was er am Terminal bestätigt hat, weil menschlicher Irrtum könnte sein, dass er den falschen Knopf betätigt hat. Die Orientierung wird nicht mehr notwendig durch die Kamera und durch irgendwelche Verortungssystemen nur auf dem Stapler, sondern kann auch durch das Regalsystem passieren in Anbindung. Die Authentifizierung durch den Zeitstempel, darf der Mitarbeiter überhaupt in dem Bereich, oder es ist Ware entnommen worden, ja, wer war denn gerade da? Also Schwunddetektion, die Ausfallssicherheit, wenn diese Proprietärsysteme mal ausfallen, auch das passiert natürlich, ein Backup zu haben durch andere Systeme, andere Anbieter, aber auch den Werteabgleich. Ist das, was hier geliefert wurde, in der Menge, tatsächlich das, was eingelagert wurde? Ganz oft wird Ware übernommen, es kommen Kistenweise, LKW-weise, niemand hat die Zeit, die Ware durchzuzählen. Gibt es einen Hilferschein mit tausend Positionen? Ja, Sichtkontrolle, schaut in Ordnung aus, übernehmen wir. Ganz oft fehlt da was, egal ob das teure Ware ist, die jeder zu Hause brauchen kann, wie Kabeln, PC-Komponenten oder ganz günstige Teile wie Schrauben und Kopierpapier. Eine Sache, die ganz oft entwendet oder schlecht kontrolliert wird in den Warnströmen. Das sind Themen, die nicht nur die, sage ich wieder, die Industrie oder tatsächlich Fertigungsbetriebe betreffen, sondern auch die Landwirtschaft, die ja auch ein Fertigungsbetrieb an sich ist. Das heißt, Landwirtschaft ist nicht mehr, obwohl es natürlich sehr traditionell ist, nicht mehr nur alles selber steuern, selber in Betrieb nehmen, selber kontrollieren. Sie wissen, dass der Landwirt oft der beste Sensor ist, indem er den Finger in den Boden steckt oder die Weinrebe ankrapscht und dann weiß, wie reif ist sie denn, sondern da nehmen auch immer mehr autonome Systeme, autark und autonome Systeme Einzug. Es gibt natürlich die Bilder aus den USA, wo hier gekoppelte Mähdrescher fahren, wo nur noch irgendeiner vorne im Leitfahrzeug sitzt und dahinter fahren fünf andere Mähdrescher, wo keiner mehr drinnen sitzt. Das war bisher für europäische Verhältnisse mit kleinteiliger Landwirtschaft, auch durch die geografischen Gegebenheiten, gar nicht möglich. Aber die Systeme werden um Faktor 10 und Faktor 100 günstiger, das heißt, die Investitionshürde sinkt. Die Implementierungszeiten werden deutlich kürzer. Waren das früher Projekte von einem Jahr, einem halben Jahr, bis endlich so ein autonomes System in Betrieb genommen worden ist, sind das heute Implementierungszeiten von nur noch Wochen. Und damit haben auch österreichische Landmaschinenhersteller langsam diesen Trend erkannt und sagen, ja, das geht sich auch für einen Bergbauern aus, dass der eine Amortisierung hat, nicht nur eine kurze Vorlaufzeit, eine kurze niedrige Investition, das heißt möglicherweise aus dem eigenen Cashflow des Betriebes jetzt aufstellen kann und nicht Kredite aufnehmen muss. Und wir wissen, Kreditfreudigkeit der Banken ist limitiert in diesen Zeiten, sondern dass auch von der Amortisierung her möglichst kurz ist. Amortisierungszeit kurz ist deswegen wichtig, weil die Technologieveränderung nicht nur rasch ist, sondern sich immer mehr beschleunigt. Das heißt, habe lange Amortisierungszeiten, habe ein Risiko, dass das, was ich dann noch vielleicht neun Jahre am Leben erhalten muss, damit es sich endlich auszahlt, die restliche Laufzeit von neun Jahren gar nicht mehr rentabel wird, weil es schon neue Technologien gibt. Ein nettes Beispiel, die drahtlose Bienenstocküberwachung, ein Projekt in Deutschland, wo bei jedem Bienenstock eine Waage und Temperatursensoren verbaut sind, die über das globale Handynetz, in dem Fall das deutsche Handynetz, an einen zentralen Serverberichten, also zum einen an die Imker selber, sogar über SMS, dann konfigurierbar, was das Ding tun soll. Ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Bienenstock-Diebstahl in Deutschland, also auch das kann unterbunden werden. Ich würde es mich nicht trauen, einen Bienenstock zu stellen, aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, vielleicht schon. Da geht es aber eher darum, erstens zu wissen, wie geht es den Völkern, denken Sie an die Milben, aber auch um zu wissen, wann sind welche Blüten gerade sozusagen aktiv. Sie können kaufen den Honig von Akazie, den Honig von der Waldwiese und so weiter. Und das Spannende daran ist, dass hier diese Systeme viel schneller Informationen geben können über Bedrohungen oder über Veränderungen, Entwitterungseinflüssen, Einflüssen für das Bienenvolk, bevor das irgendein zentralstatistisches Amt oder ein Verbund der Imker kann. Ein interessantes Beispiel, Google Trends kann heute viel schneller über die nächste Grippewelle sie warnen, als das irgendein Gesundheitsinstitut kann. Einfach indem die Anfragen über Schnupfen und Fieber und wie auch immer, das Kind hat Husten auswerten. Wahrscheinlich komme ich auch vor in diesem Google Trends mit meinem Schnupfen. Die Rahmenbedingungen für die Veränderungen historisch und auch als Prognose für Industrie und Landwirtschaft sind relativ einfach und wir erleben die alle, egal ob wir jetzt Angestellte, Unternehmer oder Privatverbraucher sind. Der Produktlebenszyklus wird immer kürzer. Nehmen wir das Beispiel Mobiltelefon. Die Variantenvielfalt nimmt immer mehr zu. Früher hatten sie von einer Mobiltelefon vielleicht drei Varianten, die waren eher vor die Größe gekennzeichnet. Heute haben sie eines mit runden Ecken, eines mit eckig, eines Spritzwasser geschützt, eines nicht und Farben noch und nöcher und vielleicht auch noch andere Betriebssysteme. Die Logistikkomplexität nimmt zu. Diese Vielfalt möchte nicht nur produziert werden, in möglicherweise kleinen Stückzahlen für verschiedene Märkte, sondern möchte auch distribuiert werden in Echtzeit zu ihnen. Nicht, dass sie hier ein Jahr lang warten müssen. Wenn sie es bekommen, ist es wieder out of date. Die Qualität gleichzeitig nimmt deutlich zu. Der Produkt, auch wenn Sie sagen, ach, geh Blödsinn, die Obsoleszenz der Drucker ist doch klar, nach zwei Jahren sind die kaputt. Ja, das stimmt, aber theoretisch könnten die viel länger halten. Personalkosten wissen wir. Personalkostensteigerung durch die paar Prozent jedes Jahr. Es ist aber nicht nur das, sondern auch die Qualifizierung der Mitarbeiter, technische Systeme zu bedienen, nimmt zu. Das heißt, der einfache Lagerarbeiter, der hat natürlich seine normalen Personalkostensteigerungen, die sozusagen Inflationsabgleich hoffentlich sind, meistens eh nicht. Aber in Betrieben haben sie zunehmend sogenannte Wissensarbeiter. Das hat natürlich das große Risiko, dass es hier Diskrepanzen gibt zwischen dem Blue-Collar- und der White-Collar-Arbeiter, also denen, die an der Maschine arbeiten oder die händisch noch arbeiten und die nur noch ins Kastl hinein klotzen und vielleicht dort die Maschinen steuern in Zukunft. Aber tatsächlich, der Qualifizierungsanspruch nimmt zu und qualifizierte Menschen sind nicht nur in der Einstellung der Bezahlung teurer, sondern natürlich auch in der kontinuierlichen Weiterbildung und Weiterqualifizierung. Es gibt einen netten Spruch, der taucht immer wieder auf LinkedIn oder Facebook auf, wo sich zwei Manager unterhalten und einer sagt, naja, macht es Sinn, wenn wir Mitarbeiter weiterqualifizieren und die verlassen dann den Betrieb, dann haben wir die ja teuer bezahlt. Und das Gegenüber sagt, naja, macht Sinn, wenn wir die nicht weiterqualifizieren und die bleiben dann bei uns. Energiekosten steigen ebenso an. Die Ressourcenkosten, das sind jetzt eben nicht nur Energiekosten, das sind auch die Kosten der eingesetzten Materialien und auch die Kosten der Recyclingwirtschaft. Sie wissen, dass Recycling heutzutage nicht mehr so ist, dass man irgendwo was reinschmeißt und gefiltert, sondern Betriebe haben ganz, ganz hohe Aufwände, Materialien möglichst sortend reinzuverwerten. Nicht nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht nur, weil es ethisch richtig ist, sondern auch, weil Betriebe dadurch auch wieder eine Art Erlös erzielen können, wenn sie zum Beispiel Aluminium- oder Papiersorten rein an weiterverarbeiteten Betriebe ergeben können und dafür zumindest einen Teil ihrer Kosten zurückbekommen. Dass die Gesellschaft altert, das wissen wir. Es gibt diese Alterungscoilie, die von uns zukommt, die das AMS auch immer beschwört. Das heißt, wir werden in fünf Jahren deutlich mehr ältere Beschäftigte haben und die Jungen werden uns ausgehen. Ausgehen ist übertrieben, aber es werden immer weniger qualifizierte Jungen nachkommen, was ja per se nichts Schlechtes ist, aber wir wissen natürlich, dass ein Jungspund, der im Lager vielleicht das Zementsackel mit Schwung hebt, einem älteren Mitarbeiter, der das nicht so gut kann, einen Vorteil hat, gleichzeitig der Ältere eine Erfahrung hat, ein Wissen hat, weiß, wie er vielleicht die Arbeitsprozesse optimiert, damit er das eben nicht immer heben muss. Das heißt, die älteren Arbeitnehmer im Betrieb zu halten, auch denen, die weiter die Fortbildung zu ermöglichen, die auch an die digitale Veränderung, an die Technologie, laufend anzubinden, damit hier nicht eine Generationsdiskrepanz entsteht. Also ich meine, ich behaupte, ich gehöre zur jungen Generation, trotzdem, meine Tochter bedient das Tablet schon viel flüssiger als ich und zeigt mir ab und zu, wie ich damit umgehen muss. Und dies fünf. Der Facharbeitermangel ist auch ein Thema, das man heraufbeschwören kann oder nicht. Facharbeiter heißt in dem Fall der Zukauf von bereits vorkualifizierten Mitarbeitern. Viele Betriebe setzen darauf, Facharbeiter erst im Betrieb zu qualifizieren. Fakt ist aber, ich habe es vorher erwähnt, es reicht nicht mehr, eine Lehrlinge im Betrieb auszubilden und dann auf diesem Wissen sein gesamtes Berufsleben aufzusetzen. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Der Grad der Digitalisierung ist zwischen Betrieben sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ein nettes Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Ein Großhändler und Zulieferer für die Lebensmittelherstellung ist ein sehr großer Betrieb mit über 30 Millionen Euro Umsatz in Österreich und der liefert an Betriebe, die sind hoch digitalisiert. Lebensmittelverarbeitung heißt immer hohe Digitalisierung, zum Beispiel auch wegen der Prozessnachverfolgung. Transparenz. Wenn irgendwo im Biller ein Joghurt kaputt ist, dann muss man genau wissen, wann, von wem, wieso, wie oft, wie viel wurde das in welchem Produktionsschritt angegriffen, mit welchen Dingen ist in Berührung gekommen, um die Verursacher zu orten und um die Prozesse abzuändern, um zu wissen, auch wie groß ist der Schaden, der möglicherweise entstanden ist und Produkte zurückzuopfen. Die Lebensmittelindustrie ist immer sehr, sehr heikel, hoch digitalisiert. Trotzdem, der Zulieferer ist überhaupt nicht digitalisiert. Dessen Management-System, sowohl in der Warenwirtschaft als auch in der Produktion, ist Papier und Excel. Und der sagt mir immer wieder, bist du wahnsinnig? Ich wachse jedes Jahr um 50% plus minus, das zahlt sich gar nicht aus. Wir sind ein Traditionsbetrieb mit 150 Jahren Tradition, also auch sehr traditionsbewusst. Die Eltergeneration hat nicht mal mit Excel gearbeitet, sondern mit Papier und war schon ein bisschen skeptisch gegenüber dem Faxgerät. Das heißt, der Traditionsbetrieb auf der anderen Seite. Wenig Prognose konstant auf der anderen Seite. Nicht zu wissen, wie geht es dem Betrieb in 10 Jahren, in 20 Jahren. Gibt es den noch? Ist der fusioniert? Ist der verkauft? Ist er doppelt so groß? Ist er halb so groß? Macht er vielleicht ganz was anderes? Das heißt, zwischen den Betrieben gleicher Art, zwischen Betrieben der Wertschöpfungskette in der Logistik zum Beispiel, von der Industrie bis zum Endverbraucher. Aber auch national gesehen sind die Unterschiede der heutigen Digitalisierung sehr, sehr unterschiedlich. Die Auswirkungen sind, und wir spüren das, zum Teil wollen wir das als Endverbraucher ja sogar. Wir möchten uns den Turnschuh in einer gewissen Größe, vielleicht sogar in Halbgrößen, in der Farbe, die wir wollen, mit den Aufnähern, die wir wollen, mit den Stickereien, die wir wollen, in der Fabrik direkt bestellen. Und das soll in 36 Stunden bei uns sein. Das heißt, das sind Dinge, die wünschen wir uns als Konsumenten ja selber. Dass wir nicht von der Stange kaufen müssen, sondern uns durch Individualisierung hervorheben können. Die Durchlaufzeiten sollen gleichzeitig möglichst gering sein. Klar ging das auch schon früher. Bei einer Stückzahl von 1000 Stück, wenn ich ein halbes Jahr gewartet habe, habe ich meine 1000 Paar Schuhe, so wie ich es haben wollte, habe ich natürlich nicht gebraucht. Gleichzeitig sollen die Bestände im Handel, in der Industrie möglichst zurückgefahren werden. Weil Handel heißt, einerseits gebundenes Kapital, das ich nicht für andere Zwecke einsetzen kann. Weil ich muss es ja anschaffen, mal wohin legen. Und da steckt Geld drin, das ich ausgegeben habe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, durch die Veränderung, Beschleunigung und die Verkürzung der Produktlebenszyklen, bleiben wir bei Beispiel Handy, traut sich keiner mehr, einen hohen Bestand Handys in den Saturnmarkt hineinzulegen. Weil wenn er die nicht in sechs Monaten verkauft, ist das Ding alt und keiner kauft es mehr. Das heißt, auch das Risiko, dass ich hier als Betrieb Geld verbrenne, wenn ich meine Bestände, und damit die Economies of Scale, wie wir es alle früher gelernt haben in der Schule, ausnütze, das Risiko ist zu hoch. Damit verbundene Flexibilität, die Wandlungsfähigkeit, wenn wir draufkommen, hoppala, die Trendfarbe ist nicht mehr Petrol, wie vor einem halben Jahr, sondern es fließt plötzlich orange oder ist purpur. Da muss man schnell darauf reagieren können. Und man kann nicht eine Fertigungsanlage anschaffen, die nur Petrol lackieren kann. Das betrifft auch die Automatisierung der Geräte, die eben nicht starr, oft lange Automatisierungszyklen erstellt und programmiert werden können und dürfen, sondern auch die Qualifikation der Mitarbeiter. Schnell darauf zu reagieren und du bist zu einem gewissen Grad autonom zu agieren. Das heißt, die Zeiten, und ich habe selber in solchen Betrieben gearbeitet, wo man gesagt hat, ich mache das, was der Chef mir sagt, und am besten erst lange auf Urlaub, weil dann habe ich lange nichts zu tun, und man macht lange das, was ich immer gleich gemacht habe, die sind vorbei. Also klar gibt es diese Betriebe noch immer, wo es diese hierarchischen Modelle gibt, mit du Wissensarbeiter, Herrgott, du weißt alles, und ich Arbeiter, der dir folgt und nur sklavisch etwas ausführe. Aber das gab es schon lange, Charlie Chaplin hat sogar einen tollen Film damit gemacht. Ein kleiner Auszug, ich lese nur die wichtigsten Punkte. Die IT fusioniert komplett mit der Produktion. Das ist das Erste. Das heißt, die IT ist nicht mehr nur Zuarbeiter und Systemerhalter und erfüllt das, was sozusagen der Vorstand oder die Strategieabteilung erfordert, sondern die IT ist zum Mitentscheider und sogar zum Vorkämpfer für digitale Veränderungen in den Betrieben geworden. Das Internet der Dinge wird die Zukunft prägen, auch das haben wir vorher bereits gehört und die Industrie widerlegt eine jahrzehntelange Weisheit, dass nur die zunehmende Massenfertigung und das möglichste Wachstum von Betrieben zu Großkonzernen die Effizienzsteigerungen, die Ausschüttung von Lividenden das billige Produkt für sie ermöglichen. Das wird zunehmend ad absurdum geführt. Jetzt muss ich ganz kurz auf die Uhr schauen, das Zeitgefühl verloren. Was sagt deine Uhr? Helf. Genau, helf. Gut. Das heißt, ich habe noch... Viertelstunde für die IQ. Wunderbar. Gut. Gut, dann gehe ich schnell durch. Es gibt Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur natürlich, weil die Arbeitsprozesse sich damit verändern, die Belastungen werden geringer, die Erwartungen der Mitarbeiter ändern sich. Es gibt so ein ganz nettes Thema, das können Sie aber googeln, bring your own device. Etwas, was KMUs und geschäftsführergeführte Betriebe ganz oft gemacht haben, ist, da gibt es kein mobiles Privatgerät und ein mobiles Gerät für die Arbeit. Die kommen mit dem Privatgerät, ich mittlerweile auch natürlich, als Jugendunternehmer kann man es gar nicht leisten, mit dem Privatgerät in die Arbeit und nützen das beruflich. Da proprietäre Industriegeräte anzuschaffen, das können und wollen die gar nicht. Das Zweite ist, dass die demografischen Entwicklungen sich weiterhin verändern, nicht nur im Sinne der Alterungskeule, sondern auch der Veränderung der, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, der Zuwanderungs- oder der Mobilisierungs- oder Mobilitätsströme. Die Vergleiche zwischen den Wirtschaftsräumen werden einfacher. Betriebe haben heute viel weniger Bedenken, ihren Betrieb abzusiedeln und nach Rumänien zu gehen. Oder, wenn die Förderung in Österreich wieder passt, wieder zurückzukommen, das heißt, die Mobilität der Betriebe ist viel höher, die Wirtschaftskrise heißt, ich nehme das Wort Krise umgehend im Mund, aber es ist tatsächlich so, dass wir eine wirtschaftliche Situation haben, wo wir nicht zuschauen können und warten können, naja, vielleicht geht es wieder vorbei, vielleicht wird es besser, oder wir machen einen Masterplan über die nächsten zehn Jahre und nach zehn Jahren wissen wir, was wir tun. Das geht nicht, wir müssen rasch handeln. Das ist kein Problem als Einzelne. Sie haben hier natürlich den Produktionsbetrieb, egal ob Agrar- oder Fertigungsprodukte, es sind konstant hier die Vernetzung von Betrieben betroffen. Das heißt, auch die technischen Herausforderungen, wie vernetzt man die Betriebe, die Standardisierung, wird es ein Quasi-Standard, den irgendein Monopolist, ob es jetzt Google, Microsoft oder SAP ist, als Standard etablieren kann, oder sind es die Open-Source-Standards, die hier Verbreitung finden werden, aber es braucht Standards, damit es eben nicht nur Silos und proprietäre Systeme bleiben. Die Beherrschung der Systeme ist und bleibt und wird zunehmend komplex, das heißt aber gleichzeitig auch, man muss versuchen, die Komplexität für den Anwender rauszunehmen, auch wenn im Hintergrund vielleicht komplexe Systeme mit, nennen wir es mal, Intelligenz arbeiten. Dazu gehört auch die Breitbandinfrastruktur, die, wie Sie richtig gesagt haben, vielleicht kein Thema des einzelnen Datenpakets ist, die ja möglichst klein gehalten werden, aber tatsächlich, es geht um Echtzeit. Früher gab es Backup- und Update-Routinen einmal in der Nacht, einmal in der Woche. Da war Breitband kein Thema. Heute muss das alles in Echtzeit passieren, in automatisierten Betrieben. Das Zweite ist, Sie haben das Thema Big Data und viele Betriebe setzen darauf, dass Sie lieber zu viele Daten sammeln, als zu wenig. Weil was Sie dann nachher draufkommen, was Sie nicht gesammelt haben, können Sie nicht rekonstruieren. Das heißt, Sie haben hier sehr wohl auch Daten, die vielleicht heute unnütz sind, aber dann historisch auswärtbar sehr wohl an Nützen bringen. Sicherheit ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, nämlich nicht nur der Datensicherheit, im Sinne von der Security, sondern auch der rechtlichen Sicherheit. Wem gehören die Daten? Es geht um personenbezogene Daten. Ich als Mitarbeiter werde plötzlich Transparenz und weiß nicht mehr, wer hat über meine Krankenakte zum Beispiel Information, sondern auch der sogenannten Safety, der Arbeitssicherheit. Wenn Maschinen zum Beispiel gehackt werden und die stellen eine Gefahr für Leib und Leben dar, wer haftet dafür? Die Arbeits- und rechtspolitischen Aufforderungen sind auch ganz relativ einfach umfassbar. Das ist auch in der täglichen Diskussion der Medien erkennbar. Die Arbeitsorganisation und Gestaltung muss sich verändern. Es geht um die Arbeitszeitmodelle, es geht um die Förderungen, wie Mitarbeiter in Betrieben gehalten werden, möglichst lange, möglichst angenehm. Es geht um die Aus- und Weiterbildungen, es geht um die rechtlichen Rahmenbedingungen, betreffend der Sicherheit der Mitarbeiter hauptsächlich. Ein Punkt, den ich sehr gerne erwähne, weil ich als Jugendheim davon stark betroffen bin, wir haben eine große Diskrepanz zwischen dem Misstrauen nach dem Motto, ich zeige dir nichts, ich lasse dich nicht reinschauen, du könntest dir was von mir stehlen. Know-how-Transfer oder Industrie-Spionage versus Kollaboration. IoT ist plötzlich ein Ding der Kollaboration, wo ich gar nicht mehr weiß, wer mit wem kommuniziert. Kommuniziert mein Handy mit dem Gabelstapler, kommuniziert der Gabelstapler mit dem Lagerregal und so weiter. Das sind plötzlich Arbeiten, Systeme miteinander, wo ich vielleicht als Eigentümer der Firma gar nicht mehr sagen kann, ich möchte das nicht. Ein paar Beispiele. Es geht, die für Sie greifbar sind, es geht, egal ob es Industrie oder Agrar, das sogenannte Smart Farming, um die Vereinfachung der Interaktion mit Maschinen, es geht um, ein Beispiel, Predictive Maintenance, also nicht mehr wie bei Ihrem Auto, weil Sie manchmal nachher da sprechen, aus meinem Auto zumindest, mein Auto sagt, in einem festen Intervall muss ich zum Service. Einmal im Jahr oder nach gewissen Kilometeranzahl. Manche Autos sagen schon, ach, vergiss das, ich sage dir, wann du zum Service musst. Vielleicht musst du erst in 300.000 Kilometern zum Service. Bei Maschinen war es bisher ähnlich, es gab fixe Wartungsintervalle, fixe Austauschroutinen von Ersatzteilen, das weicht sich auf, natürlich auch durch Big Data, durch Auswertungen, was ist denn im System in den Daten aufgetreten, welche Veränderungen, was hat das für einen Schaden verursacht, um zu erkennen, aha, wenn das wieder auftritt, heißt das in 24 Stunden ist irgendein Transportmechanismus kaputt vielleicht. In Zahlen, bisher habe ich wenig Zahlen dazu genannt, das Potenzial scheint wahnsinnig groß zu sein, allein in Deutschland reden wir von 28 Milliarden Wertschöpfung in den wichtigsten Branchen, das kann man auf Österreich eins zu eins umlegen, gleichzeitig gibt es auch die Studien, die sagen, halt, das bedeutet aber auch Wertschöpfung, da verdient einer und es gehen Jobs auf der anderen Seite verloren. Ja, halten wir aber dagegen, es geht auch darum die Qualifikation, es gibt auch den Job des Lettersetzers nicht mehr in dem grafischen Gewerbe, es gibt den Job des Kutschers nicht mehr, das heißt, die Jobbilder verändern sich ohnehin wahnsinnig rasant. Es gibt auch den Job des Stenografen nicht mehr. Als Schlusssatz, ohne weiter auf technische und auf Herausforderungen und auf Implikationen einzugehen, aber Daten sind in der Industrie und nämlich, ich sage wieder, die Industrie in Betrieben, egal ob Fertigung von Lebend, von Nahrungsmitteln oder von Fertigungsteilen, sind immer und überall. Da können wir uns nicht mehr erwehren, ob wir es wissen oder nicht, sie sind da. Und sie werden immer mehr exponentiell und es geht darum, damit umzugehen. Gleichzeitig, wenn man sich die Wertschöpfung angeht, der Händler in Südamerika, die Industrie in Südamerika, der Hersteller von Taschentüchern, ist ein reales Beispiel, ist mir genauso nahe wie der DM ums Eck. Das heißt, ich kann heute, vielleicht sogar ohne, dass ich es merke, ein paar Päckchen Taschentücher mit meinem Konterfei vielleicht drauf beim Zellstoffhersteller in Brasilien bestellen. Und da spüre ich gar nicht mehr, was für Maschinen der dort hat, wie groß sie sind, wie viele Mitarbeiter es braucht, welche Ressourcen der braucht, welchen logistischen Aufwand der braucht. Ich weiß, ich habe in 48 Stunden ein individualisiertes Päckchen Taschentücher bei mir. Und das könnte ich vielleicht beim DM ums Eck gar nicht kaufen. Gleichzeitig wird die Zukunft immer umwegbar. Wir wissen einfach nicht, was heißt das morgen, nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Arbeitswelt und auch zum Beispiel für die Pflegewelt. Das heißt, auch ins Private hineingeht das immer mehr. Ein paar Links noch, die ich nicht vorlesen möchte, die ich Ihnen ans Herz lege. Beschäftigen Sie sich bitte mehr und mehr mit dem Thema. Das muss ja nicht aus technischer Sicht sein, das kann auch aus Anwendersicht sein. Ich denke, das ist für Sie und es ist auch für mich wahnsinnig wichtig gewesen zu wissen, welche Implikationen heißt das für mich als Anwender, für mich als vielleicht Gestalter der Zukunft, aber auch für meine Kinder. Es macht keinen Sinn zu sagen, wir wissen jetzt, wie die Zukunft ausschauen wird. Das stimmt nicht. Meine Kinder und die Kinder meiner Kinder werden beweisen, dass ich mich geirrt habe und dass wir vielleicht ein bisschen Ahnung hatten, wie es ausschauen könnte, aber dass der Weg dorthin erstens ganz anders sein wird und auch das Tempo ein ganz anderes sein wird. Danke vielmals. Danke auch, dass ich überziehen wurde. durfte ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn die Q&A nicht nur bidirektional so ist, sondern auch ein bisschen in dieser Breite funktioniert, untereinander. Ich habe gemerkt, hier sind technische Experten, die bestimmt viel mehr wissen als ich. Es wird hier auch Wirtschaftsexperten geben, die auch mehr wissen als ich, allein weil sie mehr Erfahrung haben. Vielleicht schaffen wir es hier eine Q&A im Sinne von den cyberphysischen Systemen ein bisschen vernetzt zu schaffen. Danke. Gibt es Fragen? Danke für Ihren sehr interessanten Vortrag. Sie haben da dieses schöne Bild gezeigt mit den Fabriken, wo alles mit allen kommuniziert. Die einzelnen Maschinen kommen von unterschiedlichen Herstellern und damit die miteinander kommunizieren können, brauchen sie gemeinsame Sprache, sprich ein gemeinsames Protokoll. Und da wollte ich fragen, es gibt viel proklaritäre Protokolle, wie weit, wie ist die Standardisierung der Protokolle, dass die miteinander sprechen können? Ich denke, dazu kann ein anderer hier im Publikum sicher für bessere Auskunft geben. Bitte um Freiwillige. Aber, natürlich braucht es Standards. Ich halte dagegen, dass viele Hersteller von Technologie aber gar nicht wollen, dass es Standards gibt. Die möchten proprietäre Systeme sogar neu entwickeln und nicht nur bestehende möglichst lange am Laufen halten, damit die sich endlich retieren, sondern die möchten auch neue Proprietäre sich entwickeln, nicht nur um das Thema Security by Obscurity zu erhalten. Und dem Motto, wenn keiner weiß, wie es funktioniert, dann kann auch keiner eindringen, sondern auch um Kundenbindung zu ermöglichen. Wenn die Kamera, die Überwachungskamera nur mit ihrem Server funktioniert, als Hersteller, dann werden sie davon noch zehn Stück verkaufen vielleicht. Bis der andere sagt, naja, jetzt überlege ich mir aber, ob ich mir einen anderen Hersteller auch anschaue. Das heißt, Kundenbindung ist auch eine große Motivation und Impetus auf proprietäre Protokolle weiterhin zu setzen. Schön und gut, aber ich sehe das ein, wenn ein Maschinenhersteller, der die Straße macht, die Kundenbindung macht, aber er wird Probleme bekommen mit dem Gabelstaubfahrer, das eine komplett andere Firma ist, muss ich da den Protokollkonverter dazwischen setzen und dergleichen, dann ist immer das Problem, der eine durch den neuen Software-Release macht mit neuen Befehlen im Protokoll, muss das nachgeführt werden. Wird das nicht teilweise schon unüberschaubar, wenn man Ihr Bild sich anschaut? Das wird mit Sicherheit unüberschaubar. Man darf auch nicht davon ausgehen, dass es nur die Großkonzerne gibt, die das mit den notwendigen Investitionen nicht nur einmal, sondern auch laufend schaffen. Sondern es gibt auch die KMUs, die das weder finanziell noch vom Know-how schaffen, die lieber auf proprietäre Systeme setzen, die in den nächsten 100 Jahren immer gleich sein werden oder die von einem Hersteller supportet werden. Aber Sie haben recht, es braucht einerseits Standards, die für neue Installationen oder für neue Digitalisierungsprojekte herangezogen werden und die Standards, wie gesagt, ich bitte darum, dass jemand anderes beantworten kann im Publikum, herangezogen werden. Aber es wird die Broker weiterhin brauchen, um rückwärtskompatibel zu sein zu meinen Kollegen, der mit Papier und Excel arbeitet und einerseits, aber auch um proprietäre Systeme, die es in der Vergangenheit gab und auch weitergeben wird, andocken zu können. Sonst schaffen Sie die Vernetzung nicht, wenn Sie nur eine Elite haben zwischen standardisierten Systemen, die sprechen miteinander und den Rest, die nicht mehr aber sprechen damit. Das ist dann keine optimale Vernetzung, wenn Sie immer diese Blindspots haben. Darf ich vielleicht ein kurzes Wort dazu sagen? In Amerika drüben ist ein Hersteller für Haussteuerungssysteme in Konkurs gegangen. Vielleicht hat das irgendwer wo gelesen und es gibt tausende von Haushalten, die nicht mehr funktionieren. Das heißt, das spricht jetzt gegen diese proprietäre Situation. Es wird also sicher eine breite Normungstendenz geben, aber wie ich schon am Anfang erwähnt habe, das ist im Augenblick bei Klondike und jeder versucht, seine Lösung zum Standard werden zu lassen. Das ist im Augenblick der Schritt, wo wir sich gerade bewegen. Und es wird einige geben, wie dieses UPNP, wo man versuchen wird, gewisse Standardisierungen so umzusetzen, dass auch die KMUs eine Chance haben, in dem großen Spiel mitzuspielen. Da brauche ich aber Standards. Das geht rein über das Proprietäre. Es ist sehr riskant, dass man dann, wenn der Hersteller weg ist, ist man auch weg. Ich möchte auch noch etwas dazu sagen, was ist die Weltsprache, wo wir alle Menschen mit kommunizieren? Schlecht ist Englisch. Und genauso ist es bei der Kommunikation zwischen technischen Systemen. Man wird eine Minimalkommunikation an, aus oder Störung ist vorhanden, natürlich relativ leicht über Standards etablieren können. Aber ich kann mich mit einem Philosophen auf Deutsch unterhalten. Er spricht Deutsch, ich spreche Deutsch, ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Und genauso wird es auch in der Technologie sein. Gewisse Dinge, ja, können wir über Standards abdecken. Je mehr wir in Spezifika hineingehen, je mehr wir Bedeutung, Interpretation und Semantik benötigen, desto schwieriger wird es werden. Dann hätten wir wirklich die Weltuniversalsprache und wir Menschen könnten auch aufhören, in unseren nationalen Sprachen zu reden, sondern nur noch diese IT-Sprache nutzen. Es gibt eine Weltsprache, ich nenne es Webifizieren. Alles wird Webifiziert. Und das ist eigentlich die gemeinsame Basis für alle Systeme. Was immer ich dann drauf aufsetzen. Das heißt, wenn ich entsprechende Werkzeuge verwende, die eben standardmäßig bekannt sind, dann kann ich einen Respa genauso bedienen wie einen Fernseher. Programmtechnisch. Meine Frage ist, von wem geht eigentlich der Druck in Richtung Standardisierung aus? Denn, dass ein Anlagenbetreiber, der also Fertigungsprozesse oder was auch immer hat, dass der gerne hätte, dass alle Systeme, die er kauft, miteinander können und funktionieren, das ist verständlich. Und der sitzt dann meistens irgendwie zwischen den Sesseln, wenn es nicht so funktioniert. Also, die Frage ist, woher kommt der Druck in Richtung Standardisierung und ist das schon stark genug? Dazu möchte ich einen Satz sagen. Natürlich können Industriekonzerne wie Bosch, Siemens und SAP mehr Lobby, mehr Druck ausüben und versuchen, ihre eigenen Standards durchzusetzen. Natürlich haben auch die, ohne jetzt auf die Großkonzerne hinhauen zu müssen oder zu wollen, weil die auch Arbeitsplätze schaffen. Aber gleichzeitig haben die auch das größte Interesse, dass es Standards gibt, damit die Lösungen, die unterschiedlichen Lösungen der Wertschöpfung, zum Beispiel das Planungssystem, das Kontrollsystem, das Liefersystem und, 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 das Automatisierungs-, Steuer- und Regeltechniksystem, dass die miteinander gut können, haben natürlich die ein Interesse, die Marktführer da sind. Das heißt, die werden den großen Druck ausüben auf eine Standardisierung der Kommunikation und der Prozesse untereinander, wahrscheinlich aber auch versuchen, ein proprietäres, selbstgeschnitztes System hier zu favorisieren. Nicht umsonst sitzen als erster in den Industrie 4.0-Plattformen, als erster in den Standardisierungsgremien immer die großen Betriebe. Ich möchte auch noch was dazu sagen, und zwar, weil hier auch der Link steht für IoT Austria und ich bin einer von diesen ungefähr einem Drittel, die von IoT Austria eingeladen sind. Ich bin nicht von der Organisation, ich war da nur einmal bei einem Vortrag und soweit ich aus dem Vortrag herausgehört habe, ist es zum großen Teil die Mission von diesem Verein, so auf Open-Source-Basis diese Dinge zu lösen, so wie wir im Web-Bereich eben Typo 3, WordPress, Joomla, Drupal und wie sie alle heißen haben, da eben auch Open-Source-Lösungen zu entwickeln, um da einen Standard zu haben und irgendwie so Marktvorherrschaften möglichst zu unterbinden. Das möchte ich gerne auch beantworten, den Hinweis, das ist absolut richtig, das ist wichtig. Es braucht diese Menge an vielleicht nicht investitionsstarken oder Großkonzernen, die es schaffen, hier Standards und Kommunikationsstilzstellen zu implementieren, die auch dann für jeden öffentlich zugänglich sind und wo ich nicht dann Lizenzen kaufen muss, damit ich mit anderen Systemen kommunizieren kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass Leidauf natürlich viele Kleine oftmals langsamer operieren können und langsam zu Ergebnissen kommen, wobei die Ergebnisse vielleicht dann besser sind natürlich, als ein paar große Schlagkräftige, die Plug-and-Play-Lösungen für Betriebe schaffen und sie haben noch immer der Schreckgespenst Roboter-Betriebe, die Menschen leer sind, die alles automatisch tun und da Smart Glasses, wo ich alles eingeblendet bekomme, wo ich hingehe, was die Maschine tue, auch selber bewacht werde. Und Plug-and-Play, muss man zugeben, sind weder WordPress noch Joomla heute. Und Industriekomponenten, die ich kaufe und anstecke, sind das schon. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann darf ich gleich überleiten zur Pause und mich ganz herzlich beim Thomas bedanken. Ich glaube, du hast einen guten, fetten Applaus verdient. Sehr gerne.